Herzlich willkommen zum MOOC Digitaler Selbstschutz – Souveräner Umgang mit Daten und Geräten. Digitaler Selbstschutz? Was es mit diesem Motto auf sich hat, thematisieren wir knapp zu Beginn des MOOCs, denn eine ausführliche Diskussion dazu findest du im ersten MOOC dieser Reihe zum Thema Souveräner Umgang mit Zugangsdaten. An dieser Stelle sei nur kurz gesagt, dass es einige Gründe gibt, selbst für den Schutz deiner Daten und Geräte zu sorgen und du so einige Möglichkeiten dazu hast. In diesem MOOC geht es erstens um deine physikalischen Geräte. Warum sind sie so wertvoll? Was ist zu beachten, wenn du sie alleine lässt oder verlierst oder weitergibst? Welche Software läuft da drauf? Was ist Softwarehygiene und wie hilft sie dir beim Selbstschutz? Zweitens geht es um deine Daten. Wer hat eigentlich Zugriff darauf und weißt du das immer? Wie kannst du deine Daten verschlüsseln, um sie vor neugierigen Augen zu verbergen? Souveräner Umgang mit Daten und Geräten, das Ziel, zu dem dich dieser MOOC begleiten soll, bedeutet, dass du Antworten auf diese Fragen kennst und abwägen kannst, sowie entsprechende Schutzmaßnahmen auch anwenden kannst. Und nun viel Spaß und viele Erkenntnisse mit diesem MOOC. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.